Ich bin Lea, das kleine Gespät. Wenn es dunkel wird, der Geist reicht durchs Haus. Wenn die Sonne untergeht und den Mond am Himmel steht, komme ich aus meinem Versteck. Und leider sind denn alle Kinder schon im Bett. Uh, ich bin das kleine Schloss gespeckt. Und Schuhe des Nachts durchs Haus. Wenn die Kinder abends schlafen gehen, wo will ich das Altersstecken raus? Hallo, wer bist du? Hast du mich aber gerade erzählt. Bist du noch, bist du etwa im Geist? Ja, das bin ich wohl. Vorher willst du mir auch, wann du bist. Dich hab ich auch noch nie gesehen. Ich bin Theo, der kleine Vampir. Seit ich denken kann, wohne ich an ihr. Wenn die Uhr ankirrt und schlägt und der Mond am Himmel steht, komme ich aus meinem Versteck. Doch leider sind dann alle Kinder schon im Weg. Haha, ich bin der kleine Schlosspapier. Die Menschen fürchten sich vor mir. Wenn die Kinder abends schlafen gehen, komme ich aus meinem Versteck heraus. Ach, das kenn ich nur zu gut. Von mir fürchten sich die Menschen auch immer, weil ich anders bin als sie. Dabei wünsch ich mir so sehr einen Freund, um endlich nicht mal allein zu sein. Doch weißt du was? Komm, lass uns beide Freunde sein. Ja, dann sind wir zwei nie mehr allein. Oh, Lula, lass uns beide Freunde sein. Lass uns singen, tanzen, laufen, fröhlich sein. Unsere Freunde und auf unsere Sorgen sein. Denn dazu sind Freunde schließlich da. Unsere Freunde und auf unsere Sorgen sein. Denn dazu sind Freunde schließlich da. Denn dazu sind Freunde. Sachin. Das war deine fürchten Kirche. Und dabei ist es, dass du Hügel einfach ein paar, Und dabei ist es, dass du Hügel einfach ein paar. Also verbleben sich in deinem Kind. Und dabei ist es, dass du dich überrascht. Und dabei ist es, dass du dich an so ein paar Moment, Und dabei wirst du dich fahren,